Ja, was läuft auf dem Bau raus? Wir wollen da einen Folientunnel stellen und da wird ausgehoben, um dann das Plastik in den Boden zu fixieren und die Stützen abzustellen. Der Tunnel ist 5,20 Meter breit und sollte 14 Meter lang werden. Wir, das mobile Büro, haben da Fotos des Tunnels. Den haben wir vor ca. schon fast ein Jahr im Riccardo ersteigert. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir den überhaupt aufstellen können. Hier das Materiallager. Und der Bauer Hause ist der Materialtransporteur. Jetzt wird es spannend. Bis da zwei Teile stehen und fixiert sind, müssen wir noch ein bisschen üben, denke ich. Die drei schwierigsten Bögen stehen. Jetzt geht der Hause und der Simon Kaffee trinken. Bisschen zu spät, halb fünf. Aber Kaffee muss sein. Ja, liebe Uffelfreunde, fertig sind wir Nächte geworden. Es war zu kompliziert, die Teile zusammenzufügen. Morgen wird da weitergearbeitet. Und die Batterie meines Handys hat auch noch den Geist aufgegeben. Ich konnte den Rest nicht mehr filmen. Dann kommen wir zum nächsten Mal. Dann kommen wir zum nächsten Mal. Vielen Dank.